Hallo ihr Lieben, ich grüße euch hier zu meinem neuen Video und zwar zu einem Wanderpaket von meinen hübschen Mädels. Ja, ich habe bloß nur ein Problemchen bzw mir etwas passiert. Ich glaube, ich fange auch lieber damit erstmal an. Als das Paket kam, habe ich alles wunderbar und wunderschön aufgenommen. Ich hatte richtig schönes Video gedreht. Es hat mir so gut gefallen. Bloß, warum auch immer, wegen meinem ganzen Stress und alles, habe ich das Video gelöscht, indem ich mir einfach nur meine Galerie durchgegangen bin und Videos gelöscht hatte. Ich war mir sicher, dass ich das bearbeitet habe und schon online auf Termin gesetzt habe. Da kann man ja auch einen Speicherplatz lernen. Aber das war eben nicht der Fall. Und jetzt konnten wir alles, was wir versucht haben, mit meinem Mann die Videos nicht bzw. das Video nicht wieder rückgängig machen. In dem Paket bzw. die Regeln waren so, wie auch bis jetzt immer. Wir zeigen die Sachen, die da drin sind, je nach Reihenfolge. Ich war die Vorletzte. Das heißt, die liebe Leila hat uns drei Sachen reingemacht und wir durften, jeder von uns durfte drei Sachen aussuchen. Ja, ich habe in dem Fall sechs Sachen. Die sechs Sachen hatte ich euch eigentlich gezeigt. So, jetzt dachte ich mir, ich war auch sehr traurig. Ich habe geweint, weil ich wirklich traurig war. Ich war emotional überfüllt einfach mit Ganzen und ja, die Mädels haben mich beruhigt, weil das der Leben mehr auch schon einmal passiert ist. Und sie war auch damals schon so sehr traurig, weil sie auch ein Videomaterial löscht hat von einem Wanderpaket. Ja, und deshalb habe ich mich zusammengesammelt, auch die Mädels gehört. Und jetzt mache ich einfach das Video mit den Produkten, die ich schon ausgesucht habe, die ich zu Hause habe. Da fangen wir, glaube ich, einfach mal an mit dem ersten Produkt. Und zwar haben wir hier Limited Edition von Balea Melon Rove. Wir schauen mit dem Duft nach Melone und Kokos für empfindliche Haut. So sieht das Ganze aus. Ich habe noch keine Ahnung, ich habe noch nie sowas extra jetzt für die Frauen benutzt. Ich hatte immer bei meinem Mann Rasiergel genommen. Es duftet mega gut, noch ist er nicht benutzt. Also es riecht auf jeden Fall schon nach Kokos. Wahnsinn. Deshalb habe ich mir das auch ausgesucht, weil ich das einfach testen möchte. Als nächstes haben wir hier wieder ein Balea Produkt. Und zwar ein pflegendes Duschgel mit Biomangel und Kirschblüten-Extrakt für ein zeitiges Hauterlebnis. Hautgefühl. Ja, das ist so hier. Also das Design Balea überhaupt bringt mich immer wieder auf total glückliche Momente. Das Design ist einfach toll und das zeigt hier, ja, nehme ich und probiere. Habe ich auch noch nicht in der Sorte, in der Ausführung gehabt. Deswegen habe ich mich auch für den Duschgel entschieden. Dann habe ich hier auch noch mal von Balea Locken Shampoo mit Biomacadamiaöl und Sheabutter. Lockiges und krauses Haar. Das habe ich ja alles. Die liebe Naila hat glaube ich auch ein bisschen in dem Moment gedacht. So sieht das aus. Auch mega, mega schön. Ich liebe auch überall so ein Herzchen dran. Es ist auch immer mega, mega schön hier bei Balea. Also klasse einfach. Und ich habe direkt gedacht, Locken. Xenia doch hat Locken. Okay. Als nächstes wäre die Ramona dran nach mir und dann habe ich gedacht, sie hat ja eigentlich immer glattes Haar. Soll ich mir das nehmen oder soll ich mir das nicht nehmen? Und dann habe ich das aber mir genommen. Zum probieren. Ja, das fand ich einfach super schön. Und deswegen habe ich mich ja für die drei Sachen entschieden. Was soll ich sagen? Ja. Als nächstes ist Ramona dran. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, was genau da drin war. Es waren glaube ich noch ein Päckchen Servietten drin. Allzwecktücher. So ein Tropical Optik. Was war das nächstes? Das dritte habe ich das einfach nicht mehr im Kopf. Ich habe das auch nicht mehr im Kopf, aber... So ihr Lieben, mein Kind war hier im Zimmer. Ganz ganz leise. Ja genau. Als nächstes ist die liebe Ramona dran. Und ja, da werdet ihr auf jeden Fall sehen, was dort drin ganz genau war. Und natürlich die Produkte, die wir reinlegen an die liebe Leila. Nicht die liebe Ramona, sondern an die liebe Leila. Ja, die liebe Anna ist da. Komm her. Willst du duften? Komm her. Willst du duften? Willst du riechen? Willst du duften? Ja. Die liebe Leila wird es euch ja in ihrem Video dann zeigen, was wir schönes für die liebe Leila eingepackt haben. Weil das Thema war bei uns Sommer. Irgendwas, was zum Sommer passt. Ja, wäre ja auch richtig cool. Also ihr Lieben, ich werde ständig hier unterbrochen gerade. Es tut mir so leid. Ja, genau. Die liebe Leila zeigt dann alle Produkte. Und jeden Tag folgt von uns ein Video. Wir sind glaube ich zu fünft. Da bin ich jetzt auch total... Ich habe einfach zu viel in meinem Kopf. Ihr Lieben, bitte schaut doch in der Beschreibung bei mir unter diesem Video. Da sind alle Mädels verlinkt. Aus dem Kopf weiß ich aber. Das ist die liebe Leila, die liebe Cori, die liebe Ramona und die liebe Bea von My Daily Life. Ja, mitschitz. Gleich mal mal zu dir Salbe drauf machen, ja. Ähm. Ähm. Genau. Bitte schaut. Deine Videos sind alle wunderschön. Da bin ich mir 1000% einfach sicher. Ähm. Ja. Und wer noch nicht die Kanäle kennt, natürlich dürft ihr sehr, sehr gerne die Däumchen hinterlassen, Kommentare. Und natürlich ein Abo. Ein Abo, ähm. Ja. Es kostet euch nichts. Es ist tatsächlich wirklich kostenlos. Aber natürlich auch auf freiwilliger Basis. Ihr fühlt euch bitte nicht gezwungen. Wer gerne mag und, ähm, dieses Content von Videos, von den Mädels, meins, ähm, wenn es euch zusagt, klicken, ne? Und abonnieren. Ja. Also ich bin auch total überwältigt. Wir haben 986 zu dem Punkt jetzt, wo ich das Video drehe. 986 Abonnenten. Wir sind schon ganz knapp an die 1000. Da muss ich wirklich schon, ähm, einkaufen gehen. Beziehungsweise ich habe mir ja da zwei verschiedene Sachen überlegt. Aber okay. Das hat jetzt nicht in diesem Video zu suchen. Ihr Lieben. Das ist, ähm, jetzt erstmal kurz an meine Mädels gerichtet. Ähm. Es überwältigt mich immer, immer wieder mein Herz, meine Gefühle. Wie schön das ist, mit jedem von euch, ähm, die Videos zu machen, auszutauschen, Produkte zueinander zu schicken. Ähm, ja. Wir sind ein tolles Team. Und das zählt. Und, ähm, es fühlt sich super, super schön an. Ja. Ähm, ja. Und euch lieben, ihr draußen, derjenige, der das Video guckt, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Wenn das Video euch gefallen hat, Däumchen nach oben, Kommentare, abonnieren, nicht vergessen, freiwillig. Ähm, dann wünsche ich euch alles, alles Gute, alles, alles Liebe. Ja. Und bin selber ganz, ganz gespannt auf unsere Videos. Ja. Tschüsschen. Tschüsschen. Und Xenia. Und meine Anna. Und meine Anna. So, so. Mua. 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 Untertitelung des ZDF, 2020